Das Publikum macht dich erstmal ein bisschen warm hier und dann erstmal mal ein bisschen Beifall bekommen. Los! Teresa! Wenn man von der Null rausgeht, kann man sich diese Strafung bestrahlen. Jawohl! Auch Teresa hat... Wir werden jetzt die... ... die... ... die... Los! 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 Du, das ist jetzt einfach mal eine Runde rum und dann... Komm gut nach Hause, ja! Wenn ihr alle drinnen? Fünf, nicht mehr, ja? Ja, ich mach's mal, ja! Was ist das für mich? Ja, ich hab's mal drin. Ja, ich hab's mal drin. Ja, du, das wissen wir ja. Ja, du, das wissen wir ja. Ich ruf es dir laut zu, ne? Aber doch, die Sache hier. Ich ruf es dir, ich ruf es dir. Das ist schwer. Die Nr. 2 Anton Astarov, Russland. Die Nr. 3 Russland, Frank Tudelnow, Russland. Die Nr. 3 Alekisjee, Aksarov, Russland. Die Nr. 3 Janus Ous, Kisnat. Die Nr. 3 Torsten Miro, Friedrichsertöpfe, Russland. Die Nr. 3 Maxim Benchitok, Russland. Die Nr. 8 Mikael Benchitok, Russland. Die Nr. 3 Max Mannheim, Russland. Die Nr. 3 Romant, Russland. Die Nr. 3 Max Mannheim, Russland. Die Nr. 3 Hans-Mitarren, Russland. Russland, Russland. Kommen wir zum Start. Ready? Go. Go! Rats. Applaus 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 Dank Applaus Und Janusz geht ebenfalls mit ersten 1 raus. Er bleibt also auftrat Maximo Picaill. 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 Vielen Dank. Drei, tut mir leid. 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 und über einen ersten Eindruck. Hier. Der Eindruck verändert sich nach der ersten Ecke. Du kannst einen Ecke hier, dann einen Ecke. Dann einen Ecke. Und du kannst einen Ecke. Du kannst einen Ecke hier. Ein Ecke. Der Ecke, der du? Ich. Dann einen Ecke. Dann einen Ecke. Das ist ein weiterer Korridor. Wie war es mit der Kutry? Es ist so ein Korridor. Das ist auch mein Korridor. Dann haben wir den. Dann wird es dir das. Anson, du hast auf den Etappe? Der Etappe. Ich habe so einen. Man kann sie aufschreien. Man kann sie aufschreien. Er kommt auf, und er ist aufschreien. Dann ist er aufschreien. Was ist es so, wie geht es in diesem Bereich? Nein, es ist nicht so, so kann man hier sehen, hier eine Schreie. Ich schreie. Alle schreie. Alles, was wir machen. Ihr habt den Beleidte begleitet, oder? Ihr habt den Beleidte begleitet. Ganz klar. Ich mach das, was ich dann. Einmal Beleidte. Okay? Okay. Dann start! Ja, ja, jetzt gucken wir mal, ob wir schon hier sind. Habt ihr bitte Christen. Ja, ja, alles krach. Super, danke. Wir haben das. Ja, gut. Jetzt habe ich es aber hoch 80 Stunden. Ja, aber es ist so schlimm. Ich habe den Frank gelassen. Ja, das ist eine Befeuerung. Ich bleibe zwei Tage zu. Russland 2 mit Viktoria, Anton und Janusz. Ich bleibe zwei Russland 3 mit Rikki, Alexei und Maxi. Juhu. Auf der vierte Zeit. Bitte, 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 bitte. Macht doch viel los. Komm rein. Dann hat er den Eindruck auf. Das ist ganz schön. Mit Bitte, André und Heike. Stefan, hier vorne erst noch an der Scheibe. Eins den Bogen weg. Zudem zu sehen. Bei einem Fliegland der Gebtkitzin, die sind die Mitte an der ersten 3. Bitte, macht's. Auf derfteilung der nächsten Ehre. Da ist die Holkenhochfläte, der Glug und Elia. Ach, der Glug und Elia. Und dann hat er den Reinhardt aus Köln auf der zweite Neubeleumann. Aufschreibe 10, die erste Mannschaft vom SV Strasloffin, Steffen, Cessino und Thomas. Und aufschreibe 11, die zweite Mannschaft vom Strasloffin, die Sieb Alexander und Lanzleer. Ready, go! Applaus 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 Vielen Dank für's Zuschauen und Zeit dabei! So, wollen wir mal gucken, wie jetzt der Ruslan schießt. Alexei sieht auch gut aus, auch Alexei geht mit Null raus. Das war ein Fehler bei Antos, also Antos hat auch hier die Strafrunde müssen. Einmal, jawohl. So, der Erste kommt jetzt bereits zum Alexei. So, der Ruslan für die Mannschaft 1. Schön, Thomas geht jetzt gleich mit Null raus. So, gut, 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 gut. Hup, 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 hup. Hup, 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 hup. Hup, 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 hup. Hup, 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 hup. Hup, 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 hup. Hup, 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 hup. Hup, 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 hup. Hup, hup, hup.